Willkommen zurück zu Fear. So, komischerweise hatte ich dann jetzt irgendwie Audio-Probleme, auch mit der Synchronität. Jetzt nehme ich das ein bisschen anders auf und gucke mal, ob das dann funktioniert. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist alles ein Test. Vor allem, es lief ja auch erst nach einer Zeit, war das ja synchron. Das war ja zum Schluss erst asynchron. So, wir haben Munition, wir sind voll. Wunderbar. Das heißt meistens nie was Gutes. Da haben wir noch ein Medikett. Mit welcher Tast? Mit Z war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe es mal. Ich meine Audio am audionieren? Ja. Oh. Wo sind die? Oh, die habe ich gar nicht erwischt. Jetzt aber. Oh, das war noch einer. Na, ich will, ich will, ich bin noch an C-Crouch gewohnt. Was hast du denn für einen Helm? Ich will auch so einen Helm haben. So, das war es, glaube ich, ne? Naja. Weiter. Obwohl, die Munition könnte ich mir eigentlich holen. Das mache ich jetzt auch. Waren wir da schon? Oh, Mann. Waren wir hier schon? Das ist draußen, ne? Und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall erst mal die Munition geholt. So. Könnt ihr jammern und meckern, so viel ihr wollt. Ich habe Munition. Für. Ihre verbesserten Reflexe verleihen dem Vorteil gegenüber Feinden. Drücken die Zeitlupe C, um die Zeitlupe zu aktivieren. Und zum Aktivieren, äh, der was auch immer. Ich nehme jetzt mal diese Bum-Bum hier. Äh, macht die Tür auf und drückt dann C. Oh, der schießt immer so anders, halt. Der hat noch gelebt. Der war doch noch einer. Da ist er. Oh. Das ist auch einer. Oh, ich habe keine Dingsbums mehr. Ich kann nicht schneller sein, als die wieder. Also, ihr wisst schon. Obwohl, das lädt sich ja andauernd auf. Wo war das denn jetzt? Ach da. Das glaube ich gerade eine Granate explodiert. Komm her, mein Freund. Ich kriege dich. Ich schieße einfach in den Schuh. Das habe ich doch. Funktioniert. Gar kein Problem. Gar kein Problem. So, wieso würden die Audi da jetzt nicht aufgenommen so richtig? Ich weiß es nicht. Na ja, zum Glück ist hier noch meine Cam. Die nimmt ja auch noch auf zum Glück. Also beides. In-Game und normal. Das nervt mich jetzt schon wieder, dass es nicht ausschlägt. Keine Ahnung. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt langen? Ich habe da irgendwann vorhin mit Sprinten noch gelesen, ne? Sprinten. Seitschritt ducken, Status reden. Ich kann reden. Ach so, ist wahrscheinlich hier Multiplayer. Fernzünderbomben. Nächste Granate ist nicht zugewiesen. Sprinten, Waffe wegstecken. Na 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 na. Hier ist kein Sprinten. Springen ist hier ja, aber nicht Sprinten. Oder bin ich einfach nur blind? Ich verlaufe, ich bin einfach nur blind. Ich mache jetzt einfach weiter. So, was ist denn hier Schönes drin? Tag, schön. Ich glaube, das ist der reguläre Weg, wenn es hier gerade gespeichert wird. Ich kann eigentlich mal die hier nehmen. So. Hä? Wer war das denn? Du bist kein Gegner. Ach, das ist Vettel. Ist da denn jemand? Hier ist Nächst. Wieso bleibt denn das hier zu langsam? Ach, du schon wieder. Ne, ich warte, warte. Ich gucke erstmal hier. Ne. Ich sehe gerade ein bisschen creepy, die Musik. Also nicht die Musik, sondern die Geräusche meine ich. Weil ich denke und höre. Hier ist keiner. Das sieht nur so aus, als wenn ich hier wäre. Aber hier ist keiner. Äh. Bin ich richtig? Ähm. Ich glaube, ich sollte hier weg. Es ist ganz schön heiß hier drin. Ciao. Oh, es ist sehr heiß. Interessant. Ich mag keine kleinen Mädchen. Es bleibt dunkel. Situationen. Der Spionage-Satellit Hannibal 3 ist wieder online. Ein Vierkampfeinsatzagent wurde lebend gefunden. Der verbliebene Einsatzagent wird noch vermisst, aber seine Vitalwerte sind stabil. Paxton Vettels Ortungssignal wurde in dem Gebiet entdeckt. SSEGD-Verstärkung ist auf dem Weg, um bei der Primärmission zu helfen. Mission. Der verbliebene Vierkampfeinsatzagent wird versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Die technischen Offizierin von Vier und die SSEGD. Eskorte suchen weiter nach den vermissten Vier-Einsatzagenten. Wer ist denn jetzt, sind wir jetzt der nicht gefunden, der, der... Er scheint unverletzt zu sein, aber ich weiß echt nicht, wie er überlegen konnte. Das ist jetzt nicht unsere erste Sorge. Ich hoffe, wir fett uns in der Nahe an dieser Position. Wir müssen den Kerl erledigen und zwar schnell. Wie hin? Besuchen Sie weiter nach Jankowski. Ich empfange immer noch Vitalwerte von ihm. Sie können ihn nicht allein reinschicken, das ist Wahnsinn. Er kann auf sich aufpassen. Und jetzt los. Hast du ja gesehen, wie ich auf mich aufpassen kann? Ja, natürlich. So, ja, also wir sind auf jeden Fall der, der nicht vermisste. Jan, 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 Jan Kovic, Jan Kowski wird noch... Den suchen wir jetzt halt. Du, 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 du. Auto. Naja, LKW. Naja, was auch immer. Waren wir hier nicht schon mal? Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Oh, hi. Ich kann Ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärkung mehr schicken. Meine Leute wurden eben zum HQ von Arme kam abkommandiert. Da läuft was ganz Großes. Ach nee, meine Leute sind da mitten drin. Schon verstanden. Ich wünschte, ich hätte hierher sagen. Sind es dieselben längsten? Sieht so aus. Ich habe noch keine Details. Das ist jetzt wohl kein verdeckter Einsatz mehr. Für dich ist es doch schon lange nicht mehr, aber wir waren auch so, dass mit der Tasse war das alles klar. Hallo? Hallo? Nein, da nicht. Das riecht ja so gut. Wie ein frischer Morgen Kaffee Schiss. Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen strange. Ich drücke mal einfach und Schalter drücken. Schalter bitte. Hallo, hier ist Mike. So, was haben wir denn jetzt? Ach so, wir haben jetzt... Ah, das haben wir gedreht. Alles klar. Ist da unten noch irgendwas? Da leuchtet was. Ein Reflexbooster. Ich finde es toll, dass man so kleine Dinge hat, wo man sich verbessert. Das finde ich immer so toll an Spielen. Das ist immer so ein kleines bisschen, also für mich zumindest, immer so ein kleiner Ansporn von wegen, guck doch mal ein bisschen weiter rum. Und gehe nicht einfach schnurstrecken drauf los. Ja, sowas halt. Finde ich nicht so schlecht. Finde ich ganz, ganz guti. Kann ich leider ganz normal runtergehen? Dann muss ich runterspringen. Ah, ich kann so runtergehen. So, jetzt heißt es aber auch, ich kann, ich muss auch wieder editieren und so. Gut, also eventuell, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann die Parts regelmäßig rauszubringen. Aber ich versuche es natürlich. Ich versuche ja immer alle für euch. Ich drücke mal X. Ich mache mal X weg. Da sieht es, glaube ich, nach Gesundheit aus. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Na, kleines Kind. Geh weg. Ich mag dich nicht. Du bist böse. Da haben wir noch einen Gesundheitsbooster, wa? Oh. Ich drehe mich jetzt nicht um. Und da tat er es. Nach oben oder dem Mädchen folgen? Alma. Okay, so viel dazu. Ich kriege gerade echt ein bisschen Gänsehaut, weil das ist mir alles. Mein Hirn macht wieder. Der denkt wieder so viel. Also denken in Anführungszeichen, der macht scheiße. Ganz viel scheiße. Mit meiner... First Aid Kid. Der hat es eher gebrauchte Kerl. Na, mein Junge. Oh. Ich wollte das nicht machen. Alle Dude bei dir. Ja. Mach nur ein Nickerchen. Im Wasser. Im stinkenden, ekligen Klärwasser. Geht nadi. Da oben. Dein Kopf ist Matschepupp. Was wird das denn? Ich dachte, der wäre schon tot. Ich dachte immer noch, der wäre tot. Wieso ist denn das hier so staubig? Habe ich das gemacht? Das wollte ich aber gar nicht. Dann tut mir aber so leid. Ich mache mal das Türchen auf. Und ich hänge fest. Dankeschön. Rüstung. Ich habe gerne so einen Helm von denen. Da kannst du den Kopfballern, die merken nix. Oder machen kurz... Böööö. Fertig. Da unten wäre noch was, ne? Ich gehe mal unten gucken. Wie. Ha. Granaten. Und Medikit. Und Schalter zum Drehen. Ne, oder auch nicht. Tja. Ne, das war... Ja. Kein Kommentar. Mir fällt aber gerade nicht so ein. Wenn das... Aua. Wenn das wirklich alles so super Spezialeinheiten sind. Ja. Die so super Klone da. Und warum sind die so... Naja, okay. Ich spiele auf normal. Ich denke mal so auf extrem oder so. Werden die schon gut abgehen. Da unten ist nix, oder? Äh. Ich gucke gerade so von oben halt. Wie. Wie. Okay. Ich gehe mal doch mal unten gucken. Vielleicht ist hier doch was. Aha. Ein geheimer Geheimgang. Für geheime... Geheimsachen. Ach. Einmal. Oder auch nicht. Hätte sein können. So. Schön die Reflexe wieder dauerhaft erhöht. Ich will gar nicht wissen, was er sich da rein spritzt. Da oben hört noch welche kommen. Was ist das denn für eine Tür? Oh. Scheiße. Die Lampe ist aus. Was ist denn hier? Wo geht's denn hier? Hier hin? Wenn ich übrigens immer nach rechts gucke, beziehungsweise von der Chemistus-Lock dann links, dann gucke ich einfach nur von wegen, wie lange nehme ich noch auf. Oder schon auf. Hallo. Aha. Überraschung? Ach, hier wären wir wahrscheinlich ja nicht durchgekommen, wa? Hm. Ich bin dann für... Da waren wir doch gerade drin. Wir konnten ja so einen Scheiß raus. Oder wir haben ja abgelassen, während wir gerade runtergegangen sind. Ich durche nicht mal. Natürlich negativ. Alles negativ. Ich glaube, die habe ich alle, wa? Ich höre nichts mehr. Guck mal, ein Medikist. Wie viel können wir tragen? Zehn Stück war das, glaube ich, ne? Ich glaube, zehn Stück und dann, äh, ja. Guck mal, ein Matscherhaufen. Ich könnte eigentlich mal so langsam echt die andere nutzen. Naja, ne, da können wir noch ordentlich sparen. Da warten wir lieber, bis wir irgendwas, irgendwas Großes kriegen als Gegner, weil weiß ich, was da hier noch so alles kommt. Ich weiß nicht, muss man einmal bekämpfen? Ich weiß es nicht. Oder ist hier einfach nur dieses, dieses Horror-Element, was wir nicht in Angst machen sollen, wo du halt, die, vor allem, vielleicht kannst du sie ja gar nicht besiegen und so. So war, oh, na toll, bringt nichts. Ne, ihr wisst schon. Einfach nur dieses Element da drin. Ich glaube, wir haben alle Granaten, die wir aufnehmen können. So. So löst man das heutzutage. Die kriegst du nicht, glaube ich. Oh, Granate. Und da kommt uns doch Verstärkung. Oh, ne Waffe. Also Munition. Oh, Medikit. Ich würde sagen, ich nutze das Ding mal, aber wir sind ja immer noch relativ weit oben voll. Also nicht ganz voll, aber relativ voll. Tapp, 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 tapp. Ich muss gerade sagen, wenn ich jetzt so hier das andere noch spiele, also sprich hier jetzt vier. Vor allem ist es blind. Es bringt schon eine Menge Spaß. Mal wieder spielen, was man nicht kennt. Na toll. Scheißtür. Ach. Jetzt habe ich mich wegen dem, was war denn das? Ach hier. Ja gut, dann, äh, ach ne. Z. Nehme ich das mit. Was? Bestimmte Lapsos enthalten nützliche Informationen. Aktivieren Sie die Lapsos, um darauf gespeicherte Daten zu... Irgendwassen. Die Daten werden jetzt hochgeladen. Interessant. Ich habe eine Abwasseranalyse für den Aufsichtsrat von Armacom gefunden. Laut dieser Bericht kommt das Fluss aufwärts zu einer starken Kontamination. Keine Ahnung, warum Armacom das interessiert. Es sei denn, Sie sind schuld daran. Bestimmt sind Sie schon, ach guck mal, schon wieder so ein Medi-Pack. Hi. Hallo. Keiner da. Was war denn das? Ach, schon wieder eine Granate. Ich wäre vielleicht einfach mal eine Granate, weil da ist bestimmt einer. Oder nicht. Damit ich die Granate mitnehmen kann. Kriege ich hier irgendwie vielleicht mal was zu trinken? Ne. Ah, seht ihr? Ich wollte eigentlich vorher noch mir ein schönes, großes Glas Wasser einfüllen, aber ich habe es vergessen. Jetzt habe ich nichts zu trinken hier. Das ist doch blöd. Na, siehst du mich nicht? Ähm, ja, die will ich haben. Wahrscheinlich kommt noch mehr. Oh, eine Granate. Frage nicht, warum ich die Waffe gewechselt habe, weil ich es kann. Vielleicht ist die Waffe gerade nicht so gut. Guck mal, ein Ei. Aua, das tat weh. Okay, ich wechsle mal die Waffe jetzt. Keine Lust mehr hier, drum zu spielen. Ich habe schon gerade eine Granate geworfen. Der antwortet nicht mal. Warte, ist jetzt hier noch einer? Das ist die Muni voll hier. Ich habe dich gesehen. Ich... Da ging jeder Schuss rein. Ich habe gerade geschaut, ob mein Fenster noch offen ist. Wenn ich mich mit Glück, wenn ich dann jetzt einfach hier so rumschreie. Also schreiende Anstrichzeichen. War ja nicht so laut. Es gibt ja noch wesentlich andere Leute, die schreien viel, viel mehr. Oh, ich drücke jetzt jetzt. Äh, Munition voll. Und ja, ne? Ihr wisst schon, was ich damit sagen möchte. Das wäre ein bisschen blöd. So, weiter geht's, weiter geht's. Wie lange nehme ich schon auf? Ich habe noch mal schon Zeit. Der erste Part war doch ein bisschen etwas zu lange, glaube ich. Für die meisten. Also so 20 Minuten wollte ich schon, aber so 30 Minuten... Äh, ich weiß ja gar nicht, wie lange das Spiel geht. Guck mal, ich darf ins Wasser springen. Oh, ich darf schwimmen. Oh, ich muss mich umdrehen. Äh, also der schwimmt aber ganz schön schnell. Ich hasse dich. Ach so, wegen Alma, ja. Wegen, 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 wegen diesen, diesen Angst-Momenten, wo man halt sich denkt, äh, ja, das also, ne? Man weiß, man kann sie nicht töten. Eventuell kann sie dich aber töten. Äh, aber gar nicht so wirklich, weil wegen, pff, weiß ich. Äh, na, ihr wisst schon. Dass sie, man hat da gesehen, man sieht, kann andere töten. Und zwar auf eine relativ eklige Weise. Irgendwie, keine Ahnung. Du bist ein kleines Mädchen, der kriegt gleich einen Schuss im Kopf. Puff! Oder auch nicht. Äh, alles klar. Ich watschel mal durchs blutige Wasser. Uah! Okay, ich hatte nicht gerne einen Out, kurz. Was, was, das Vorwärtsnachkampf? Mausers und Ducken für Gleitkick, Wirbelkick, was? Ja, ist egal. Ähm, der 4-Einsagent hat eine zweite, äh, hat eine zweite Replikant-Kompanie angegriffen und die feindlichen Streitgriffe ins Chaos gestürzt. SSEGD-Teams bereiten den Angriff auf das HQ von Armakrim vor. Armakrim. Die Stärke des Feindes ist momentan unbekannt. Die in Auburn gefundene Leiche wurde eindeutig als Charles Habergen identifiziert. Ein Forscher bei Armakrim. A-Ar-Ar-Ar-Ar-Ar-Chem. Wie auch immer. Mission. Primäres Ziel bleibt die Eliminierung von Paxton Vettel. Sekundäres Ziel ist, das Missionsziel des Feindes in dem Gebiet zu ermitteln. Oder so ähnlich. Und um umarmt zu werden von... Ja. Aber ich hab ein HQ über alles gefunden, ohne Lagoa nicht zu identifizieren. Das kann er nicht sein. Seine Vitalmärte sind etwas ungewöhnlich, aber er lebt definitiv. Er muss dort irgendwo sein. Ich seh mich weiter um. Ja. Dieses... Männchen ist unheim. Gleich Christian vorkommnisch. Hab dich putt gemacht. Was ist denn das? Ach so eine Zeitschrift, die man nicht lesen kann. Ganz gut. Ne, ich und vorlesen. Habt ihr ja schon gemerkt. Hi. Oder auch nicht. Sie hat Angst vor Ihnen. Was hat Angst vor mir? Ich hab Angst vor der. Oh oh. Das ist glaube ich der reguläre Weg wegen Checkpoint. Deswegen geh ich mal hier lang. Also der Weg, wo wir halt eigentlich lang gehen müssten. Deswegen geh ich jetzt einen anderen Weg. Because I can. Ja, was machen wir jetzt? Hat er uns gesehen? Ne, hat er sonst gesagt, ne? Hallo, wie viel hab ich da jetzt bei dem reingeballert? Der kann gar nicht überleben. Habt ihr in den Sack geschossen? Naja, eher in den Arsch. Oh, der in den Sack von hinten. Ich bin mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, wer ist tot. Treffen ihn davon? Ne, ich glaube nicht, oder? Au. Du kommst von links. Oh. Oh. Die Waffe ist aber auch ungenau. Hätte gerne Sniper oder so. Hat er gerade eine Granate geworfen? Ja, immerhin gut, die sterben nicht sofort, wie man es halt von anderen Spielen kennt, wo die einfach, was weiß ich, die kriegen Lufthau von dir und sind tot. Granaten. Granaten. Ich sollte mal öfter Granaten benutzen. Allerdings hatte ich ja bisher noch keinen Erfolg damit, deswegen habe ich die noch nicht benutzt. Und wo gehe ich jetzt eigentlich gerade lang? Und irgendwie scheint es ja doch der richtige Weg zu sein, ne? Ach, guck mal, da ist ein Ding, sehe ich gerade. Mach ich doch mal Aua. Und nehme das nochmal mit. Was ist denn hier Schönes? Und ist das jetzt der richtige, in Anführungszeichen, richtige Weg? Ich muss auf jeden Fall nochmal ein Medi-Pack. Jetzt lasse ich mich nicht nur für das Medi-Pack darunter gehen, nein, für ein bisschen Rüstung auch noch. Wo bin ich jetzt? Ach, hier bin ich jetzt. Sind wir also einmal im Kreis gelatscht? Das ist ja auch super. Wie lange nehme ich auf? Ach, ja, ja. Ich würde mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part von 4 wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.